In diesem Video zeigen wir euch, wie man bei einem E90 das Motoröl wechselt. Abhängig vom konkreten Motor unterscheiden sich Füllmenge und Filtertyp, der Wechsel geht jedoch im Wesentlichen überall gleich. Um das Öl zu wechseln, muss man sich unter das Auto begeben, deswegen sollte man die gesamte Vorderachse aufbocken und absichern. Wie das geht, seht ihr im verlinkten Video. Mit einer Ölfilterkappe schraubt man zunächst den Ölfilter heraus. Der Filter lässt sich mit etwas Kraft lösen. An dieser Stelle muss man aufpassen, keine seitliche Kraft auszuüben, damit die Plastiksäule nicht abbricht. Am Deckel befinden sich drei Ringdichtungen, die beim Ölfilter mitgeliefert werden. Diese mit etwas Öl einschmieren und die alten Dichtringe austauschen. Zum Schluss den neuen Filter montieren, die Ölfilterkappe aber noch nicht einschrauben. Die Abdeckkappe unter der Ölablassschraube lässt sich mit einem Schlitzschraubenzieher entriegeln und herunterklappen. Unter die Ölablassschraube positioniert man einen Ölauffangbehälter mit ausreichend Kapazität. Es ist ratsam, den Bereich um den Auffangbehälter noch mit etwas Karton auszulegen, um eventuelle Spritzer aufzufangen. Dann löst man die Ölablassschraube mit einer 17er Nuss an und schraubt sie dann mit der Hand heraus. Wegen der Schieflage durch das Aufbocken verbleibt ein bisschen Restöl im Motor. Persönlich finde ich die Menge nicht kritisch, aber Perfektionisten können natürlich an dieser Stelle überlegen, ob sie das Auto temporär abbocken, um auch diesen kleinen Rest aus dem Motor herauszubekommen. Als nächstes ersetzt man den Kupferdichtring der Ölablassschraube, dieser liegt dem Filter bei. Dann zieht man die Ölablassschraube mit dem Drehmoment an, der auf dem Ölfilterdeckel steht. In den meisten Fällen wird das 25 oder 30 Newtonmeter sein. Nachdem man den Ölfilterdeckel mit dem gleichen Drehmoment festgezogen hat, füllt man die korrekte Ölmenge in den Motor. Die jeweiligen Ölmengen werde ich in die Beschreibung schreiben. Wenn die Menge eingefüllt ist, sollte man den Motor ein paar Minuten im Leerlauf laufen lassen und dann über den Bordcomputer prüfen, ob die Ölmenge stimmt. Zum Abschluss sollte man den Service im Bordcomputer zurücksetzen. Dazu Zündung an, Motor aber auslassen, mit dem Kipphebel zum Beispiel zu Durchschnittsgeschwindigkeit navigieren und dann den Tageskilometer-Rückstellknopf so lange drücken, bis das Service-Zurückstellmenü erscheint. Dann zum Öl navigieren, mit dem Knopf am Ende des Bedienhebels bestätigen und dann nochmal den Knopf so lange drücken, bis die Uhr verschwindet und der Service resettet ist. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und gefallen. Filter, Ölmengen, Drehmomente etc. wie immer in der Beschreibung und damit ciao und bis zum nächsten Mal.